3, 2, 1 Los geht's Ah, der andere Raid ist ein Magma-Hate geworden Okay, danke, den hab ich nicht gesehen Ja, den mach ich auch Also, ich werde ihn zumindest versuchen Um zu sehen, ob ich einen dritten Pass bekomme Aber das sehen wir gleich nach dem Flamara-Raid Ob ich einen dritten Pass bekomme Wenn nicht Dann hat sich die Frage geklärt Und wenn doch Dann Muss ich mal gucken Ich würde gerne nochmal zwei Rades heute machen Definitiv Und vor allem das nochmal meiner Raidgruppe Vielleicht mitteilen Dass sie dringend schauen soll Dass sie ein paar Rades machen Und wenn es 1er Rades sind Scheiß drauf Hauptsache Gratis-Raid-Presse abgestaubt Die Niantic aus Versehen aktiviert hat Durch den verschobenen Arctos Day in Japan Die konnten den ersten Arctos Day nicht machen Weil das Wetter zu gefährlich gewesen ist So, ich habe die Hälfte noch nicht erreicht Auf beiden Seiten nicht Also sowohl energie-technisch Als auch zeittechnisch noch nicht Aber es wird langsam eng Bei 90 Sekunden Jetzt Okay, ich liege etwas vorne Aber man muss dazu sagen Ich habe Danach Andere Counter Eines Rades können alle shiny sein Genau Einser Rades können zum Beispiel shiny sein Da hat Christian natürlich völlig recht Von daher Wer noch kein Meditir-Shiny hat Blumanda Cavador Lohnt sich Den Gratis-Raid-Pass dafür auszugeben Warum ich immer so früh unterwegs bin Liegt einfach daran Dass dann immer irgendwie Rades stattfinden Ist das dann den ganzen Tag Oder nur in den drei Stunden Also ich glaube Wenn wir Zapdos Day haben Dann haben wir das eigentlich Den ganzen Tag Diese Rades-Presse Auch wenn wir Ja, versuchen in diesen drei Stunden Das auch zu brauchen Aber ich glaube Das geht eigentlich den ganzen Tag So früh schon Es ist immer so Ich habe vorhin Fünf Rades hier gefunden Fünf Wie viel Uhr war das? Sieben Uhr Fünfundvierzig Acht Uhr Das ist Standard Morgens sind die meisten Rades So Zwanzig Sekunden Restzeit, Leute Geil Ich kann Flamara alleine besiegen Juhu Und Don Fran auch Also das heißt Die besten Dreier Rades Die Da kicke ich schon alleine hin Zwölf Bälle Joa, ist okay Ist schon 1988 Geboostetes Flamara Da ich Unmengen an Bonbons habe Und egal welches Egal was es kann Wenn es nicht gut ist Wird es getauscht Scheiße getroffen Muss ich mir ein bisschen mehr Müll geben Ah, das war's schon Ja, okay Dann nicht Erster Ball drin Schön Warum nicht So Das ist ein richtig schlechtes sogar Sehr schön Dann können wir das ja später tauschen Dann können wir das ja Ja, okay Dann können wir das ja Dann können wir das ja